Falls Sie ein Corridor Neuling sind oder sich inspirieren lassen wollen, können Sie ein neues Dokument über die Option Neu von Vorlage erstellen. Es gibt viele unterschiedliche Designs, aus denen Sie auswählen können. Um die Größe der Vorschaubilder zu verändern, können Sie diesen Schieberegler verwenden. Sie können sich auch nur eine bestimmte Kategorie anzeigen lassen. Ich wähle Alle, Anzeigen und suche dann den Begriff Sport. Das System sucht mir dadurch nur Vorlagen, die mit Sport zu tun haben. Haben Sie sich entschieden, können Sie mit einem Doppelklick die Vorlage öffnen. Nun können wir anfangen, die Vorlage zu bearbeiten. Jedes Objekt der Vorlage kann beliebig verändert werden. Wenn ein Objekt oder Hilfsmittel ausgewählt ist, zeigt das Hilfefenster dazu passende Tipps und Informationen an. Bleiben Sie mit der Maus über einem Hilfsmittel stehen, erscheint eine kurze Beschreibung und das entsprechende Tastaturkürzel. Wählen Sie ein Hilfsmittel aus, passt sich die Eigenschaftsleiste wie auch das Hilfefenster automatisch an. Mit STRG-Z können Sie zu jeder Zeit Bearbeitungsschritte rückgängig machen. Ich verändere nun als erstes das Hintergrundbild. Klicken Sie auf Importieren und wählen ein neues Hintergrundbild aus. Ich verwende hier eines von der X5 DVD. Mit einem Doppelklick importiere ich das Bild. Sobald der spezielle Import-Mauszeiger erscheint, drücken Sie einfach die Eingabetaste. Mit diesem Bild legen wir die Basis für unser folgendes Design fest. Das Bild liegt nun aber bei allen anderen Objekten. Gehen Sie zum Objektmanager und ziehen das Bild unter alle anderen Objekte. Jetzt lösche ich alles, was ich nicht mehr brauche. Wählen Sie das Logo aus und färben es weiß. Selektieren Sie als nächstes alle Teile des Logos und rechtsklick, gruppieren oder verwenden Sie das Icon in der Eigenschaftsleiste. Beachten Sie! Klicken Sie auf eines der Objekte in der Gruppe, wird automatisch die gesamte Gruppe ausgewählt. Die Gruppe kann zudem ganz normal skaliert, geneigt und gedreht werden. Ich platziere nun das Logo für später. Löschen Sie die grüne Fläche und den unteren Teil des Textes. Den oberen Text werde ich gleich in zwei Mengen-Textrahmen einfügen. Drücken Sie Z, um das Zoom-Hilfsmittel auszuwählen und ziehen dann mit gedrückter Maustaste über die Arbeitsfläche, um zu vergrößern. Wählen Sie das Text-Hilfsmittel aus und klicken in den Logo-Text, um ihn zu bearbeiten. Fügen Sie UK hinzu. Wie Sie sehen, können Sie auch den Text in einer Gruppe bearbeiten. Verkleinern Sie ihn etwas. Mit dem Pfeiltasten können Sie den Text nun fein justieren. Wie fein hängt von der Schrittweite ab, die in der Eigenschaftsleiste eingestellt werden kann. Um einen Mengen-Textrahmen zu erstellen, wählen Sie das Text-Hilfsmittel aus und ziehen mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen auf. Um ihn zu duplizieren, wählen Sie das Auswahl-Hilfsmittel und ziehen den Rahmen mit gedrückter rechter Maustaste zur Seite. Im folgenden Menü wählen Sie dann hierher kopieren. Wählen Sie nun beide aus und skalieren Sie, bis der rechte Rahmen mit der Kante vom Logo übereinstimmt. Dadurch bleiben beide Rahmen gleich groß. Um jetzt den Text in den Mengen-Textrahmen zu bekommen, ziehen Sie wieder mit gedrückter rechter Maustaste den Text über den Rahmen. Lassen Sie die Maustaste los und wählen Sie in Text verschieben. Wie man sieht, ist der einzelne Textrahmen zu klein für den gesamten Text. Klicken Sie einmal auf das Icon unter dem Mengen-Textrahmen. Klicken Sie als nächstes auf den zweiten Rahmen. Beide Rahmen sind nun miteinander verbunden, zu sehen an dem Pfeil zwischen ihnen. Nun, als nächstes möchte ich den Text als Blocksatz umstellen. Dies kann bei ausgewählten Text in der Eigenschaftsleiste festgelegt werden. Damit nun der Text die beiden Rahmen genau ausfüllt, will ich unter Text Mengen-Textrahmen an Rahmen ausrichten. Die Schriftgröße des Textes wird automatisch so angepasst, dass er beide Mengen-Textrahmen ausfüllt. Mit F4 sehen Sie wieder alle Objekte. Ich füge nun ein paar zusätzliche Unterwassertiere hinzu, um das Design noch etwas aufzulockern. Wählen Sie Importieren. Und wählen die Bilder Ihrer Wahl aus. Ich verwende wieder Bilder von der X5 DVD. Das Schachbrettmuster symbolisiert transparente Flächen. Die Tiere sind also bereits freigestellt. Mit gedrückter Steuerung-Taste kann ich beide Bilder auswählen, um dann auf Importieren zu klicken. Mit jedem Klick, den ich jetzt mache, werde ich nacheinander die Bilder einfügen. Hier das erste und mit dem zweiten Klick das zweite. Die Bilder sehen für sich genommen schon nicht schlecht aus. Aber man kann es noch besser machen. Wählen Sie das Hilfsmittel-Ellipse aus und erstellen mit Steuerung und gedrückter linker Maustaste einen Kreis. Der Kreis ist weiß, da ich bereits vorhin die weiße Farbe ausgewählt hatte. Ich ändere nun die Füllfarbe in schwarz und die Linie wird auf unsichtbar gestellt mit einem Rechtsklick auf das X. Kopieren Sie nun den Kreis, vergrößern ihn mit gedrückter Umschalt-Taste, entfernen die Füllung mit X und geben der Linie die Farbe weiß. Um die Linie stärker hervorzuheben, ändere ich die Liniendicke auf 0,5 Millimeter. Sie ist nun einfacher zu sehen. Vergrößern Sie den gesamten Kreis nun ein wenig. Um eine Kopie von beiden Objekten zu bekommen, wählen Sie beide aus und ziehen mit gedrückter rechter Maustaste die Objekte zur Seite und wählen hierher kopieren. Platzieren Sie die Kreise und wählen den Fisch aus. Der Fisch befindet sich nun unter den Kreisen. Ziehen Sie also im Objektmanager den Fisch über die Kreise. Skalieren Sie den Fisch, so dass er passt und platzieren Fisch und Kreise an der Kante. Das Design wird dynamischer, wenn die Elemente über den Rand gehen. Auch der Seestern muss im Objektmanager über die Kreise gezogen werden, da sonst verdeckt wird. Nun platzieren Sie Seestern und die Kreise passend übereinander und bewegen Sie über den Rand der Fische. Mit der Umschalttaste zusammen mit der Bildhochtaste können Objekte an die Oberseite des Objektstapels bewegt werden. Für den letzten Effekt wählen Sie das Bezierhilfsmittel aus. Klicken Sie in der Mitte, dann in der Ecke, am Boden und dann wieder auf den Anfangspunkt. Aber halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen einen Bogen auf. Füllen Sie die Fläche mit einem hellblau und entfernen die Umrandung wieder mit einem Rechtsklick auf das X. Damit die Fläche durchsichtig wird, wählen Sie das Transparenzhilfsmittel hier aus und wählen die Option gleichmäßig. Standardmäßig ist eine Transparenz von 50% eingestellt. Um weitere Linien zu erstellen, benutzen Sie das Bezierhilfsmittel. Ein Klick für den ersten und beim zweiten mit drückter Maustaste einen Bogen aufziehen. Um Zeit zu sparen, habe ich bereits einige Linien vorbereitet und füge sie jetzt nur noch ein. Zu denen habe ich noch ein paar zusätzliche Kreise erstellt. Erstellen Sie, wie bereits gelernt, ein paar Kopien davon. Zum Ende wählen Sie das Hintergrundbild aus, wählen das Beschneiden-Hilfsmittel und markieren den gewünschten Bereich. Mit einem Doppelklick auf den markierten Bereich wird das Bild dann entsprechend beschnitten. Und was meinen Sie? Probieren Sie es doch einfach mal aus.